Hallo und herzlich willkommen hier bei Relight Delight. Ich bin Dr. Maus und freue mich Ihnen heute unsere neue außergewöhnliche Pflegeserie die Metamorphose vorstellen zu dürfen. Unser Konzept besteht aus drei aufeinander aufbauenden und perfekt abgestimmten Pflegeserien. Das Ziel unserer Aufbau-Pflegeserie ist es, Haut und Haare mit einer Pflege auf Basis kaltgepresster Bio-Wirköle und besonderer Wirkstoffe umfangreich zu nähren. Damit können Sie Ihre natürlichen Prozesse wieder aufnehmen. Hier schaffen wir eine solide Grundlage für ein regenerationsfähiges Hautorgan. Das Besondere an unserer Glorious Skin und Glorious Hair Pflegelinie ist die Vielzahl an hochaktiven Wirkstoffen. Diese sind in unserem Standard entsprechend in Enzyme und vitaminreiche kaltgepresste Bio-Wirköle eingebettet. Das sind beispielsweise maritime Stammzellen, Aminosäuren, 100% bioverfügbares Zink, Ceramide sowie collodiales und pures Gold. Alles samt Wirkstoffe, die Ihre Haut in Ihren essentiellen Prozessen und vielfältigen Funktionen maximal unterstützen, Alterungsprozesse aufhalten sowie vorhandene Altersspuren reduzieren. Sind Sie bereit für eine ultimativ strahlend schöne Haut? Unsere innovative Metamorphose-Linie ist ein absolutes Pflegejuwel. Bioaktive Hightech-Wirkstoffe wie Ectuin, Extrakte, uralte Heilpflanzen und kaltgepresste Bio-Wirköle stellen das erlesene Fundament für unsere neuartigen Pflanzenstammzelle-Extrakte dar. Das Besondere an diesen Stammzelle-Extrakten ist, dass durch Zellaufschluss der Zellinhalt frei wird und dadurch auf besondere Weise bioverfügbar für die Hautzelle vorliegt. Gleichzeitig sind die Stammzellen aus der roten Traube und des Beinwells in protektive Liposomen überführt, was den phänomenalen Vorteil mit sich bringt, dass die Inhaltsstoffe der Stammzellen extrem bioverfügbar vorliegen. Und nun möchte ich Ihnen einige unserer Wirkstoff-Highlights der Metamorphose-Linie vorstellen. Die Metamorphose besteht aus einer Reinigungsmilch, einem Gesichtswasser, dem Pflegeserum Absolut und der Creme de la Creme. Sowohl die einzelnen Wirkstoffe als auch die vier Metamorphose-Produkte sind alle perfekt aufeinander abgestimmt und für alle Hauttypen, insbesondere für die sensible Haut, hervorragend geeignet. Ein bemerkenswerter Wirkstoff in der Metamorphose-Reinigungsmilch ist der Extrakt aus der Wurzel der Iris-Pflanze, Iris Florentina Root-Extrakt. Der Iris-Wurzel-Extrakt ist in einem optimalen Verhältnis zu Zink und Vitamin A eingesetzt. Daraus ergibt sich eine synergistische Wirkung, die gezielt die Teigproduktion unreiner Haut aller Altersklassen reduzieren und Unreinheiten porentief bekämpfen kann. Ein außergewöhnlicher Wirkstoff in unserem Metamorphose-Gesichtswasser ist der Eschefrucht-Extrakt Evodia Rutecapa Fruit-Extrakt. Erleben Sie selbst, wie der hier verwendete Extrakt der Eschefrucht sich in Form einer gezielten Verbesserung der Mikrozirkulation und einer Verfeinerung der Haut zeigen kann. Ein Fahlateur verwandelt sich in ein frisches und mit jugendlichen Glanz erstrahltes Hautbild. Ein unvergleichliches Highlight unseres Pflegeserums Absolut ist der hier eingesetzte und in seiner Zubereitung patentierte Wirkstoff Malus Domestica Fruit Cell Culture Extrakt. Dieser einzigartige Wirkstoff-Extrakt aus Apfelstammzellen der seltenen Schweizer Apfelsorte Utwiller Spätlauber verhilft dem Apfel, selbst nach besonders langer Lagerung, stets zu einer unglaublich glatten und prallen Haut. Verantwortlich dafür sind die besonders langlebigen Apfelstammzellen, deren Potenzial wir uns hier zunutze machen und auf ihre Haut übertragen. Dies kann die Vitalität ihrer Hautzellen sowie das Regenerationspotenzial und die Spannkraft ihrer Haut immens erhöhen, Falten effektiv vermindern und die natürliche Hautalterung minimieren. Das Nonplusultra in unserem Pflegeserum Absolut ist der Pflanzenstammzelextrakt der Traubenfrucht einer kostbaren Weinrebe namens Vitis vinifera. Ihr Potenzial liegt im Schutz der Zelle vor UV-Strahlung und dem damit verbundenen oxidativen Stress. Das Besondere hier, die Inhaltsstoffe der Traubenstammzellen wurden nach Zellaufschluss in unglaublich bioverfügbare Liposome überführt. Liposome werden im Allgemeinen in der lateinischen Inki-Sprache auch Vicitin genannt. Dabei handelt es sich um kleine Pläschen, deren Hülle aus einer Lipid-Doppelmembran bestehen, ähnlich wie die Membran bzw. die Haut unserer Zellen. Das macht die Liposome zu leistungsstarken Zelltaxis, die die Wirkstoffe effektiv in die Zelle einschleusen können. In unserem metamorphose Pflegeserum Absolut werden wertvollste Liposome in der empfohlenen maximalen Einsatzmenge von 30% eingesetzt. Ein innovativer Hightech-Wirkstoff in der Creme de la Creme ist das Ectoin, ein wahrer Beauty-Alleskönner. Ectoin kann ihrer Haut einen umfassenden Zellschutz liefern. Er kann UV-induzierte Hautschäden auf zellulärer Ebene verhindern und ebenso Falten und Linien reduzieren. Ectoin ist eben ein absoluter Hightech-Wirkstoffheld. Ein weiterer Star am Wirkstoffhimmel in der Creme de la Creme ist der Trichter-Algen-Extrakt, Padina-Pavonica-Tallus-Extrakt. Dieser Extrakt kann das natürliche Abwehrsystem der Haut gegen äußere Umwelteinflüsse stärken und gleichzeitig die epidermale Integrität verbessern, sowie der vorzeitigen Hautalterung effektiv vorbeugen. Ein weiteres Highlight an Wirkstoffen in der Creme de la Creme sind die altbewährten Phytosfingosine. Phytosfingosine sind Bestandteile von Ceramiden, die ganz natürlich in unserem gesamten Körper vorkommen, da sie wichtiger Bestandteil von Zellmembranen insbesondere in der Hornschicht darstellen. Dort leisten sie einen wichtigen Beitrag bei der Bildung der Hautbarriere, die gerade bei Thematiken wie Neurodermitis oder Psoriasis beeinträchtigt ist. Diese und viele weitere hochpotente Wirkstoffe erwarten Sie in unserer aufsehenerregenden Wirkstoffkosmetik Metamorphose. Beginnen Sie Ihre ganz persönliche Metamorphose. Jetzt. In diesem Sinne, alles Liebe, Ihre Dr. Maus. Wirkstoffe, Ihre Dr. Maus. Wirkstoffe, Ihre Dr. Maus. Wirkstoffe, ihre Drö anunci. Wirkstoffe, Ihre Dr. Maus.